Mein Name ist Ehrenfried Schindler, ich bin Chefarzt an der Asklepius Klinik in St. Augustin, bin dort seit mehr als 15 Jahren als Kinderanästhesist beschäftigt. Ich bin verheiratet, habe vier Kinder und muss sagen, dass die Kinderanästhesiologie eine wunderschöne Fachdisziplin ist. Wir kümmern uns nicht nur um die operative Versorgung von Kindern, sondern auch um die Schmerztherapie nach der Operation. Und vielleicht noch ein Punkt, Kinder sind nicht einfach nur andere Patienten als Erwachsene, sondern Kinder sind etwas ganz Besonderes. Da sind nicht nur die anatomischen Dimensionen, die natürlich viel kleiner sind als beim erwachsenen Patienten, sondern auch die Psyche ist eine ganz andere. Kinder brauchen eine spezielle Betreuung und da sind wir in der Kinderklinik in St. Augustin absolute Spezialisten. und ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen davon überzeugen, dass Ihr Kind bei uns in guten Händen ist.